Winter Wonderland auf der Schlaminger Planei. Der vorangegangene Schneefall und kalte Temperaturen sorgten am Freitag, dem 15. November für einen traumhaften Saisonstart. Viele Wintersportbegeisterte ließen es sich nicht nehmen, die ersten Spuren der Wintersaison 2019-20 in den Schnee der Planei zu ziehen. Die Skitag auf der Planei hat begonnen! Das ist ja richtig eine super Überraschung heute. Ja, ein super Skitag. Wir haben zwar zuerst eine Zeit überlegt, ob wir überhaupt gehen sollen, aber ich muss sagen, es hat sich echt ausgezahlt und es geht gewaltig gut. Also die Pistenbedienung, die sind eigentlich schon perfekt. Wir haben natürlich auch Naturschnee gekriegt von 50 cm und die Mischung mit dem Kompaktschnee, den wir selber machen, haben wir schon hervorragende Pistenverhältnisse und können natürlich schon perfekt Skifahren bis zur Mittelstation. Und das eigentlich am 15. November. Was wollen wir eigentlich mehr? Ja, wie immer richtig geil. Also bin ich schon seit Jahren jetzt am ersten Skitag herum und bin immer wieder überrascht und erfreut, was für eine Pisten, dass man da kriegt um die Jahreszeit und es gibt ja nichts Schönes. Ja, es ist wirklich hervorragend zum Skifahren. Ich würde fast sagen, in den letzten zehn Jahren ist heuer sicher garantiert der beste Schnee. Es ist top angerechnet. Das Erfreuliche ist, dass wir mit vier Bahnen bereits in Betrieb sind und dass ein großes Interesse von den Skifahrern ist. Das Team Planei hat in den letzten Tagen, Wochen Großartiges geleistet. Es gilt ja nicht nur die neue Planeiseilbahn in Schuss zu bringen, sondern es war auf den Pisten enorme Arbeit. Beschneiungsdienste, Pistengerätfahrer waren gefordert, dann auch die Seilbahnen. Man muss ja die Seilbahnen wieder alle auch in technischen Zustand bringen und da haben wirklich alle zusammen einen hervorragenden Job gemacht und dafür kann ich mich nur bedanken. Ja, es ist eine gute Pisten und es ist geil zum Skifahren. Man kann schön über die Pisten runterfahren. Gefällt mir voll. Ja, der Zustand ist super, man hat viel schön da. Auf der Pisten schön kaufen kann. Wir waren schon Kitzsteinhain und schon am Dach stauben. Ja, Schnee ist gut. Dass man kein Baudern kann. Man kann geil runterkaufen. Am ersten Betriebswochenende standen für das Skivergnügen bereits fünf Anlagen zur Verfügung. Aktuelle Informationen über geöffnete Anlagen, Pisten sowie Skipasspreise finden Sie unter www.planei.at. www.planei.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017